...und sind gestartet mit Marcin und Clarina setzt sich halt um ihn gleich an die Schiffe. Der Gnoll hat ihre Fortschrug aus, eh in der Kunde. Der Altar bei Oster ist wieder ein, auch wieder frei. Und Zwischstein, Zwischstein, vor der Kabine, da Svenja. Die Fortschrug von Jana holt sie. Und der Altar ist wieder ein, die Kabine vorne, die Fortschrug von Svenja. Die Fortschrug von Jana.